Es ist nur ein kleiner Gefallen. Ja was denn? So stellen die Fregatte schon wieder. Die Menschen lassen sie hochlegen. Ah das ist schön. Spielstand gespeichert. So. Warte mal wisst ihr was? Ich mache das jetzt anders. Und zwar lasse ich einfach die Folge laufen. Das heißt es ist jetzt wahrscheinlich schon eine neue Folge seit 5 Minuten. Und ja dementsprechend herzlich willkommen. Ich mache jetzt nicht noch eine neue. Nicht allzu viele Änderungen hoffe ich. Ja mal schauen. Mal schauen so. Na komm. Wir machen jetzt einfach so weiter wie bisher. Und schau mal. Krieg erklärt er. Ja komm das. Das können wir machen. Weil wir haben ja gerade eh. Ähm. Richtig. Gute. Auf die alte Dame ist Verlass. Gute öffentliche Ordnung. Also. Harte Arbeit zahlt sich doch aus. Gut. Ähm. Ah hier. Hier ist mein Chef. Mehr als bereit. Die Bücher sind jetzt auch weg. Gut. Auf ihren Befehl. Frikate. Ähm. Genauso wie letzte Saison. Ah. Sorry habe ich nicht gesehen. Ich fürchte mein Ersuchen geht im allgemeinen Trug. Das muss Ihnen undankbar erscheinen. Bei all dem was ich bereits besitze. Das muss ich den Einwohnern. Indem sie ein Food machen. Isabelle. Okay. Wo. Sag mal so. Leuchtturm. Wo ist der denn? Der Leuchtturm. Ähm. Ah da. Ja. Das ist auch ein schönes. Schönes. Aber nicht äh nicht von. So. Von hier. Die Waffenruhe wurde beendet. Ja. Das ist schön für dich. Fernweh. Äh. Für viele steht die neue Welt eine leuchtende Vision der Hoffnung da. Der Triumph stürmt und drängt mir durch jedes Glied. Oh. Okay. Ähm. So. Welche die baufälligen Dächter und die rauchenden Schlote der Heimat überstrahlen. Welche. Nein. Das stimmt gar nicht. Welche leckende Dächer. Das ist hier doch schön. So ein bisschen. Ähm. Wo ist denn die. Wo ist denn die. Ich hab doch nur. Ich hab doch eine Aufgabe. Jetzt. Aber der wird mir gerade nicht angezeigt. Was ist das denn wieder für ein verpacktes Ding hier. Ah. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Admiral auf der Brücke. Gut. Dann schipper mal hier hin. Und leg. Du die. Äh. Hier ausrüsten. Hafenmeisterei. Dann baue ich hier mal eine Hafenmeisterei hin. Das ist glaube ich hier. Das ist glaube ich hier. Hafenmeisterei. Genau. So. Endlich an Land. Ich kann kaum abwarten mich umzusehen und alles zu erkunden. Ruine. Achso. Oh oh oh. Die Waffenruhe wurde beendet. Ich muss das ja hier jetzt wieder aufbauen. Mann. Habe ich voll vergessen. Völlig vergesse. So. Gut. Mein Leben ist halb gelebt. Was. Äh. Was. Aber. Ja. Genau. Wo ist jetzt die Aufgabe? Spielstand gespeichert. Benachrichtigung. Warnung. Aufgabe. Soll ich jetzt raten? Los. Warte. Wo ist denn mein. Hier. Hier ist mein Linienschiff. So. Sieht irgendjemand von euch hier ein. Ein Pfeil. Zerstören sie die Schiffe der Gegner mit Militärschirm. Sie finden sie in dem sie auf die Aufgabe. Ja. Aber ich sehe ja die Aufgabe nicht mehr. Ähm. Ähm. Ehm. 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 Geh mal in die neue Welt. Ach, hier soll ich eine Fregatte zerstören. Ach, hör doch auf. Warte mal. Meine Vögelchen hätten das längst erledigt. Ja, dann mach es doch selber. Meine Friesen. Ähm. Warte. Dann muss ich ein Kriegsschiff auf die neue Welt schicken. Und zwar warte. Dann gehe ich mal den Ochsen ab. Und dann säge ich in die neue Welt mit der... Nein, bitte. Ähm. Dann baue ich nochmal ein, würde ich sagen. 300 plus, das ist ein bisschen zu wenig. wie ich meine. Wie sieht's denn hier aus? Ja, Hopfen 20. Das ist eigentlich echt gut. Und hier. Hopfen 5. Wann kommt der Hopfen-Typi wieder? Stillgestanden. Der Admiral. Das ist, äh, Fleisch. Das ist... Und das ist Hopfen. Super. Bereit für neue Befehle. Ah, und hier kommen jetzt auch... Warte. Äh, Bewegungsgeschwindigkeit. Das gebe ich mal. Das gebe ich mal. Ein neuer Auftrag. Das gebe ich mal ab. Genau. Weil der, der braucht das nicht. Der braucht da immer einen, meinen Schülwachter. Was? Mein Schlachtschiff. Ähm, und hier erhöhen wir jetzt die Attraktivität mit der Fremdenführerin. Super. Super, super, super. Gut. Der Zustrom ist in dieser Saison deutlich angestiegen. Ja, weil letzte Saison gab es die noch gar nicht. Ähm, genau. Also du gibst den ab. Und Handelskammer, Rathaus, Zoo und Schiff. Genau. Na? Genau. So, und jetzt wäre es bereit. Ich würde gerne dieses Eiland beanspruchen im Namen des Kaisers und der Kaiserin. Meine Bannerträger betreten neues Kaisers. Meine Familie ist stolz auf mich. Ich bin auch stolz auf dich. So, was für Typen haben wir denn jetzt? Warte, warte, warte. Ich muss mal kurz schauen. Also im Rathaus, Reichweite, 20% Rathaus haben wir noch nicht. Handelskammer, Produktivität. 40% der, äh, Großküchen. Warte mal, sind das Großküchen? Ja. Handelskammer. Und da hat es Kassen minus 20. Spielstand gespeichert. Oh. Ah, die machte Icons 20 und Geschick 20. Ah, das kann ich mir ja dann merken. Ist ja 200 minus jetzt. So, wegen dem. Aber. Oder, oder, weil, weil ich die jetzt, warte mal. Ich tue die mal weg. Ich tue die mal raus. Kann ich die nicht raus tun? Ich will die raus tun. Ähm. Wie kann ich die raus tun? Ah, so. Jetzt. Äh, krass. Dann, dann, äh, ist das wirklich. Dann ist das ja wirklich mit der zusammen. Okay. Wenn ich die rein tue, dann brauche ich 200 mehr. 200 Arbeiter mehr. Okay. Alles klar. Äh, was habe ich denn noch? Was ist das denn? Genau, eigentlich Rathaus. Und der Ochse ist für... Genau. Für den Zoo. Apropos. Ähm. Es könnte durchaus gefährlich. Ich hoffe, du findest es aufregend. Ich, ich hoffe auch, dass ich es aufregend finde. Flaggschiff, rigarde. So. Die haben beide Kanonen, ne? Ja, natürlich. So, dann, zeig mal her. Gut, ähm. Ist jetzt mein Schiff? Ne, noch nicht. Muss ich erst hier. Eieieiei. Die ist aber sehr schlecht gelaunt. Ähm. Da habe ich jetzt wieder Holz. Genug. In diesen Dschungelsächer gar nichts. Ich mach mal kurz hier ein bisschen frei. Dankeschön. So, 10+. Wow. Jetzt muss ich halt noch... Warte, wie viele Bananen und so weiter habe ich jetzt? Ja, das, das geht ja hoch jetzt. Okay, dann mache ich hier zwei Küchen. Vorbedingungen. Oberhaus. Achso, äh, das sind, glaube ich, die... Es gibt nicht viel zu feiern. Ja, 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 klar, klar. Das bekommt ihr gleich. Dat bekommt ihr gleich. Keine Angst. Ponchos, äh, Feuerwache, Kautschuk-Plantage. Okay, interessant. Ah, Kautschuk. Habe ich hier aber hier nicht. Wo gibt es so ein Kautschuk? Perl? Perlenüberfluss? Was ist das? Perlenvorkommen? Hä? Wo du herkommst, erledigen doch deine Machina als die ganze Arbeit. Gar nicht, wahr? Das stimmt überhaupt nicht. Äh, leugnen und rufen. So. So, wieder Straßen. Strassi. Irgendwas, äh, irgendwann wollen die auch, äh, Ponchos haben. Und wann kommt jetzt mein Schiff an? Schiff unter Beschuss. Die fangen einfach dran vorbei. So. Oh, hier ist noch mal. Das hier sollte ich wohl besser einem Stadtmenschen vorlegen. Ich brauche Hilfe bei einigen kleinen Problemen. Finden Sie einen potenziellen Ehemann und holen Sie ihn ab. Gespeichert. Warte, was? Warte, was? Warte. Warte, was? Oh, so ein Dummkopf. Er kann nicht einmal einen anständigen Satz formulieren. Ich brauche jemanden auf meinem Niveau. Einen Mann, der das Gesetz respektiert. Einen Polizeigaranten. Okay. Ist hier immer noch nicht zufrieden. Ist hier immer noch nicht zufrieden. Er ist so ernst. Ich würde mich zu droh der Langweilen, wenn ich so einen Mann an meiner Seite hätte. Kennst du niemanden, der weiß, wie man Spaß hat? Vielleicht einen jemanden aus dem Wirtshaus. Okay, wer ist da jetzt aufgestellt? Der da. Oh, dieser Gestange und die Manieren. Oh nein. Du begreifst das nicht, oder? Er muss attraktiv und intelligent, humorvoll und zugleich ein anständiger Kavalier sein. Was dich angeht, muss ich leider meinem Instinkt vertrauen. Sieh dich. Ampierung. Ja, der Pier ist besser, ne? Ich wünschte, ich könnte ihre Güte mit einer ganz vergelten Okay, sie hat ihn gefunden. Okay. Oh, wie leidenschaftlich und inspirierend. Ihm werde ich eine Chance geben. Vorerst. Okay. Stillgestanden, der Admiral. So. Gut, na komm. Ja, nimm es. Ja, aber blöd Information. So, jetzt was. Gut, und jetzt gehe ich mal in die neue Welt. Ist da mein Schiff angekommen? Ja. Und jetzt, äh, zerstelle ich mal kurz, äh, die Brigade. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ich hab noch elf Minuten. Ah, da ist auch was. Ich weiß noch, wem meine Mama für die ganze Gegend gekocht. Hast du nichts Wichtigeres zu tun, als deinem alten Mann den Berg? Ja, ja. Ich bitte nur ungern um mehr. Du warst immer gut zu uns, Käthe. Mit vierzehn... Ist das getan? Ja. Hab ich doch. Ah, okay. Jetzt wollen sie ihr Ponchos. Du hast dein Wort wieder gehalten, Käthe. Jetzt wollen sie Ponchos. Äh, für... Äh, was brauch ich für Ponchos? Ähm... Zehn und... Dreißig. Also, und das ist... Eins zu eins. Da brauch ich nur... Ah! Hä? Warte. Wieso geht's denen schlecht? Ja, wegen Ponchos. Ah, und die wollen eine Kirche. Okay. Die Kirche kann ich euch geben. Und natürlich gleich eine Feuerwehr. Ich weiß doch, wie hochentzündlich ihr seid. Ähm... Gut. Dann werde ich mal hier... Ein neues Lagerhaus eröffnen. Ah, nee. Das werde ich... Das werde ich... Das werde... Ja. Hier hinten ist viel Platz. Das werde ich dann... Hier hinten bauen. So. Über die... Mit Drücke schlagen. So. Ach komm. Ach komm. So. So. Und dann nicht hier eine Straße durch. Und dann, ähm... Ein bisschen freimachen hier. Spielstand gespeichert. Damit ich einfach sehen kann. So. Ponchos. Schiff vom Stapel gelaufen. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ich glaube, das sind ja wieder drei, oder? Ja. Ah. Die haben sogar mehr. Vier von vier. Ja, genau. Okay, und dann... Uiuiui. Das ist fett. Solche... Ich weiß nicht, ob... Äh... Zwei reichen. Weil ich... Ich glaube... Ich glaube, ich lasse es jetzt mal so. Ähm... Und dann werden wir ja immer wieder mal schauen, ob... Ob hier was... Äh... Nicht bestimmt. So. Rum. Zuckerrohr. Und Holz. 30, 30, also die 1 zu 1 und die... Also 1, 2, 2. Okay. Schiff unter Beschuss. Achtung! Admiral anwesend. Verpasst Ihnen die volle Breitseite! Steuermann! Volle Segel! Ganz knapp. Sind unterwegs! Hehehehe... Wie der rausgeploppt ist! Ajo! Volle Segel! Ja... Wehe, das schaffe ich jetzt nicht. Gut. Aber ich wusste echt nicht, dass das... Äh... Übergreifend ist. Heif! Also, ähm... Wir werden übergreifend, also dass sie mir jetzt einen Job gibt für... Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Äh... Für... Ja... In der... Für die neue Welt, quasi. Das war mir nicht klar. Der Kommissar, so. Ähm... Wie siehst du denn jetzt mit der Attraktivität? Das ist irgendwie seltsam hier. Wie irgendwie seltsam. Du ist seltsam. Schiff unter Beschuss. Wir haben Segel auf deinen Hafen gesetzt, Fischfrutter. Oh, treibgut. Warte mal. Ei, ei! Du holst dir mal das Treibgut. Mal schauen, was da drin ist. Gut. Äh... Es ist irgendwie seltsam hier. Okay. Was ist denn seltsam? Warte, ich... Will jetzt mal... Ähm... Ich baue noch nicht den Zoo. Aber ich will den schon mal planen. Aber wo plane ich den Zoo? Das ist so... Hey, hier ist es so hässlich. Da ist es hässlich. Ach. Vielleicht wirklich hier rein. Warte, dann versetze ich die da. So. Ich kann ja die da abreißen dann später. Alles später. So. Ich könnte hier so ne... So ne... So ne... So ne Allee machen. Ah, dann müsste ich ja wieder alle... Äh... Verschieben. Das ist blöd. Vor allem ja dann... Also hier... Also die da müsste ich dann auch abreißen. Die müsste ich dann nach drüben tun. Also hier rüber. Was sie auch tun, machen sie bloß weiter so. Okay. Spielstand gespeichert. Okay, dann äh... Fang ich mal an, das alles... Äh... Ja... Zu verändern hier. So, dann kann ich hier... Da unten auch ein paar neue Wäten bauen. Ah, aber geht das nicht schneller? Ne, das habe ich hier letztes Mal schon geschaut. Also ich kann... Ich kann ja... An sich könnte ich die alle abreißen, ne? Also hier äh... Neu bauen. Ja, komm. Jetzt bin ich in drei Tagen noch da. Schiff unter Beschuss. Ja. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Warte, was... Was dann wäre denn? Wurden. Okay. So, hol dir mal das Treibgut. Und dann... Kurs gesetzt. Charakter-Item. Der Schäler steht für die... Wunsch... Äh... Die Dolche symbolisieren Rache. Okay. Aber was bedeutet das jetzt? Ich weiß es nicht. Gut. Ähm... Die stelle ich dann... Nach hier. Und dann... Baue ich hier weiter. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Okay. Die bekriegen sich aber echt heftig. So, okay. Und dann reiße ich die da hier ab. Also, ich muss die ja nochmal bauen. Entschuldigung, mein Fehler. So. Die müssen jetzt auch erstmal wachsen. So. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Buh. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Achter, die... Also... Okay. Bisschen heftig. Ja, wo ist denn der? Da ist er. Ja, sei mal schneller. Du musst innerhalb von... Äh, einer Minute da sein, ne? Weißt schon. Weißt du schon, okay? Äh, wo ist der Packer? Hier, 15. Was ist das, sei ne? Baumwollstoff. Es ist nichts Besonderes, aber was willst du erwarten? Okay, dann werde ich jetzt mal hier auch anfangen, rumzumachen. Also... Hier mache ich zwei. Das heißt, ich brauche dann... ...vier. Lagerhaus. So. So, dann... ...schauen wir mal. Warte, denn das ist hässlich hier. Also, nicht schön. Du kannst mir nichts vereinlichen. Die Zuverlässigkeit in Person. Ja, natürlich. Natürlich. Ähm. Keine Felder, keine Arbeit. Ich sitze auf glühenden Kohlen. Du kannst du sicher? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.